Hallo Leute, euer Drachinator hier. Ich werde der vierte sein, der bei unserer LP-Gemeinschaft mitmacht. Und ich denke, ich werde als erstes Minecraft spielen. Aber es klappt nicht so ganz, weil mein Fraps irgendwie keinen Sound aufnimmt, obwohl ich es angekreuzt habe. Vielleicht habt ihr ja den, woran es liegt. Es könnte an meinem Rechner liegen, denn der hat XP. Okay, das erste, was ich hochladen werde, wird ein Let's Play Together Sailor Moon mit Oligo. Er musste das als Strafe spielen, aber er hatte keinen Bock mehr, darum machen wir es zusammen. Danach nehme ich gerne Vorschläge und Wünsche an, was ich als nächstes spielen soll. Am liebsten spiele ich so RPGs, Strategiespiele, vielleicht auch mal ein Online-Spiel. Bis bald, euer Drachinator.